Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der FC 24 Karriere mit dem FC Schalke 04. Bevor es heute ins Zweitliga-Topspiel beim FC Hansa Rostock geht, präsentiere ich euch das erste Scouting-Update. Ich habe mal eine Handvoll Spieler rausgesucht, die uns eventuell weiterhelfen könnten. Vielleicht können wir im Winter-Transferfenster ein oder zwei Transfers tätigen. Für die Spielmacherposition ist Paderborns Musli ja mein klarer Favorit. Sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus, demnach könnte man dann ablösefrei zuschlagen. Kaide Gordon vom FC Liverpool könnten wir im Winter ausleihen, um unser Flügelspiel etwas dynamischer zu gestalten. Eine feste Gordon-Verpflichtung kann Schalke sich aktuell leider nicht leisten. Unser Transferziel Nummer 1 ist der Tschechi Jan Kuchta von Sparta Prag. Kurta bringt Tempo, Torgefahr, Kopfballstärke und generell eine sehr starke Physis mit und ist durchaus ein machbarer Transfer für uns. Wir werden im Winter einen Versuch starten ihn nach Gelsenkirchen zu holen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Applaus Tor für Schalke, die Nummer 9, Simon Terolle Tor für Schalke, die Nummer 9, Simon Terolle Tor für Schalke, die Nummer 9, Simon Terolle Tor für Schalke, die Nummer 10, Simon Terolle Tor für Schalke, die Nummer 11, Simon Terolle Tor für Schalke, die Nummer 8, Simon Terolle Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Applaus 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 Being good allowing Bright Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Applaus 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 Vielen Dank. 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 ...